Hey. Ich mache uns gleich was Leckeres zu essen. Aber vorher muss ich unbedingt duschen. Okay? Mhm. Mhm. Was meinst du denn damit? Nein, ganz bestimmt nicht. Nein, das glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Wir machen es so, wie ich es sage. Sie sind hier genauso sicher wie andersrum. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Das stinkt noch zum Himmel. Ich glaube, das war's. Niklas! Hallo? Niklas! 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 So.